Was habe ich alles für Instrumente? Ich habe einen Korg Kronos hier unten. Das ist eine super geile Workstation mit neuen Synthesizern drin. Sieht aus wie ein Keyword, ist aber im Grunde genommen ein Apple Computer mit einer Tastatur. Also ich habe hier vielleicht 6000 Sounds drauf oder sowas. Ich kann einen Haufen Sounds selber machen. Ich kann samplen damit. Ich kann Sequenzen programmieren. Ich kann Rhythmen programmieren. Ich kann Gittern aufnehmen. Ich kann Gesang aufnehmen. Ich kann alles damit machen. Das ist total geil. Dann haben wir hier einen Korg Karma. Das ist auch eine Workstation. Die ist aber schon sehr alt. Hat aber einen geilen, fetten Sound. Deswegen habe ich die behalten. Hier oben haben wir einen analogen Synthesizer. Das ist der DeepMind 12. 12 von 12 Stimmen. Und der ist total geil. Also kann ich euch alles mal zeigen in den anderen Videos. Ansonsten ein Mischpult und ein paar Boxen. Hier habt ihr meine E-Gitarre, meine erste. Das ist die Epiphone. Dann haben wir die zweite. Das ist das Choir. Dann haben wir hier noch eine Bass-Gitarre von Yamaha. Und eine E-Violine von Stack. Die spiele ich eigentlich in letzter Zeit kaum noch. Müsste ich mal wieder ein bisschen üben. Ja, ansonsten habe ich hier unten auf dem Ständer. Da könnte man auch mal mit dem Screen-Screen mal arbeiten. Oder dem Blue-Screen. Um da ein paar Leute davor rumtanzen zu lassen. Und dann geile Videos draus zu machen. Ich kann Inlays für CDs machen. Ich kann CDs bedrucken halt. Kann ich euch alles machen. Ich kann euch das brennen. Gut, Presswert halb Schnee. Aber brennen geht genauso. So. Dann stehen hier meine Studiomonitore. Natürlich mein Monitor zum Arbeiten. Ein Interface. Ich freue mich erstmal, dass ihr euch zugeschaut habt. Ansonsten, wie gesagt, ich mache Workshops zu den ganzen Sachen auch. Also fragt mich, was ihr wissen wollt. Schreibt eure Kommentare. Folgt mir. Sagt Bescheid, was ihr braucht. Dann können wir über alles reden. Ich danke euch für euer Interesse. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mit viel Liebe. Macht's gut. Ciao.